Hey, Hallöchen, guten Tag. Wie ihr seht, lese ich hier Hanfjournal, Sonderausgabe zur Hanfparade. Und da werde ich hängen. Und ich hoffe, da sieht man sich, dass ihr alle zahlreich erscheint. Am 10. August um 13 Uhr vom Berliner Bahnhof Zoo. Wird zusammen demonstriert für die Legalisierung von Cannabis. Wird nämlich langsam Zeit, dass sich da was tut. Bis denn. Bis denn.